Polyurethan ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir fahren damit. Für innovativen Fahrzeugbau ist Polyurethan unverzichtbar. Wir laufen damit und halten uns fit. Wir schießen damit Tore. Wir leben damit. Denn in der Medizin bewährt sich Polyurethan zum Beispiel als Material für Stents und Herzklappen. Wir schlafen auch besonders gut, wenn wir auf einer Kaltschaummatratze aus Polyurethan liegen. Und weil Polyurethan eine enorm gute Dämmwirkung hat, halten wir auch unsere Lebensmittel damit frisch. Gesundheit. Ob Wiese oder Baumblüten, Allergiker haben mit natürlichen Materialien oft ihre liebe Not. Genau darum bauen wir natürlich auch mit Polyurendämmstoffe so gut wie keine Feuchtigkeit aufnehmen, haben Schimmelpilze keine Chance. Also noch ein Grund mehr für die Verwendung beim Bauen und Wohnen. Und wenn es um Spitzenleistung beim Schutz vor Hitze und Kälte geht, setzen Polyurethan-Dämmstoffe von Puren ohnehin Maßstäbe. Was im Winter die Wärme so effektiv drinnen hält, sorgt natürlich auch im Sommer für erstklassigen Hitzeschutz. Auch die Ökobilanz von Puren-Polyurethan-Dämmstoffen ist sensationell gut. Pur-Peer-Dämmstoffe sind zu 100% recycelbar. Die Energiebilanz von Polyurethan ist so gut, da kann man nur sagen, geraten Sie bei der Dämmstoffwahl nicht auf den Holzweg. Polyurethan begleitet uns tagtäglich und macht unser Leben bequemer, schöner, aktiver, komfortabler und hilft zudem wertvolle Ressourcen zu schonen. Lernen Sie die Vorteile von Puren-Dämmstoffen besser kennen. Es lohnt sich. Puren-Dämmstoffe sind schimmelresistent, allergiker geeignet, biozidfrei, feuchteresistent, ökologisch, verarbeitungsfreundlich, sorgen für optimalen Kälteschutz, überzeugen mit optimalem Hitzeschutz, sind recyclingfähig und ermöglichen maximale Energieeinsparung. Weitere Informationen unter www.puren-steildach.de